Neues Ausprobieren ist deins? Dann starte eine Ausbildung zur Köchin oder zum Koch in der Zentrale der LVM-Versicherung. Hier kocht man nicht sein eigenes Süppchen, sondern arbeitet im Team. Und ganz schnell hast du dabei auch den Hut auf. Ähm, die Mütze. Bei uns lernst du, wie man Essen für Betriebsrestaurants, für große Events und für die feine Küche zubereitet. Und was du sonst noch wissen musst, erfährst du bei zusätzlichen Seminaren. In der Gastro wird's ja gern mal, oh, lang. Aber nicht bei uns. Und die Ausbildungsvergütung? Da gibt's sogar eine Extraportion Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Ab Tag 1 deins. Zusammenwachsen. Ausbildung zur Köchin oder zum Koch. Jetzt bewerben!